Wo stehen wir hier? Das hieß hier die steinerne Rinne bei Wolfsbronn. Das ist ein Gewässer, durch die Kalkablagerung aus dem kalkhaltigen Wasser entsteht so eine sich selbstbildende Wasserrinne. Links und rechts zur Kalkablagerung baut sich diese Rinne von selbst auf und widerspricht sozusagen dem Naturgesetz, dass das Wasser immer die tiefsten Stöße ist. Dann haben wir hier nach dem Kalkablagerung für das Urklappen gemenzilicht. Für mehr Kalkablagerung wurde das Zucker gefallen. Und dann ist euch die Kalkabagian-Kalkabagung noch ein kleines Schильkopf angekündigt. Ich habe euch das nicht geschaffen.